Die Sendung wurde live untertitelt. 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 Such einfach weiter. Die Sendung wurde live untertitelt. 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 Was für ein Idiot. Ja? Komm schon. Wir müssen hier so schnell wie möglich raus. Bleib dicht bei mir. Verdammt, diese Fackel geht aus. Wir müssen den Weg ausstehen. Warte, da oben. Los, los. Hilf mir mal. Hier, aus. Rally, komm schon. Komm, wir müssen los. Los. Oh Mann, sie kommen durch die Decke. Komm schon, renn. Mann, sind die Fischer schrecklich. Los, hey. Hier hoch. Komm links. Ring. Mach sie weg. Mach sie weg. Okay, alles klar. Wollen wir ein paar Winge? Ja, dreh dich um. Alles klar. Ist okay? Ja, glaub schon. Okay, nächst wieder reingehen. Ich denke, es ist eine gute Idee. Da gehen wir nicht lang. Egal wohin wir gehen. Versprich mir, dass da keine verdammten Spinnen sind. Okay. Wir müssen hier raus. Mist, das wird nichts. Okay. Ich suche mal einen Weg rüber. Vorsicht. Ich hab's. Vorsicht, nächstes. Gleich geht's hoch. Ich weiß, ich weiß. Vorsicht! Gleich geht's hoch. Ich weiß, ich weiß. Hey, das geht. Läuft wie geschmiert. Jetzt müssen wir runter. Vollständig! Was machen die da? Wackelt hier alles ab! Nein. Sorry, wir müssen hier raus. Ich bin hier raus. Ich bin hier raus. Ich bin hier raus. Feuer legen! Mist, das ist nicht gut! Das war's. Mach' ihm Platz, Anni! Mach' ihm Platz! Wollen wir runter? Scheiße! Ach, Mist! Dann! Oder her! Alle zwei Brotter! Aufpassen! Danke. Sind wir hier im Zirkus, da los! Ich geh den Weg um, raus! Ich helf dir hoch! Verlust! Fert! Komm! Gar nicht gut! Oh, verdammt! Es muss doch einen Ausgang geben! Der Weg! Der Weg! Der Weg! Wir müssen noch ein Biddinghaus! Gut, easy! Der Weg! Der Weg! Der Weg! Wir müssen uns aufhören! Wir müssen uns aufhören! Der Weg! Wir müssen uns aufhören! Wir müssen uns aufhören! Los, hilf mir mal! Los, hilf mir mal! Los, hilf mir mal! Los, hilf mir mal! No, 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 no! So I'll miss you. Oh! Oh! Halt! Da oben! Da ist die Tür! Oh, nein, nein, nein! Alles mehr? Los! 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 Shit! Mist! Sully! Ich sitz fest! Nehmt ihr! Oh, shit! Die zwei! Runter! Shit! Los! 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 Sonny, gib mir! Meine Hand! Danke. Hier oben! Los, Ned, beweg dich! Sonny! Sonny, halt durch! Ich... ich rutsch ab! Ich komme! Ich hab dich! Ich hab dich! Los! Los! Ah! 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 Kletter weiter! Na los, Ned! Ich seh nicht! Kletter weiter! Los, los, los! Ich seh nicht! Kletter weiter! Los, los, los! Los, los! Los, los! Los, los! Ah! 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 Oh! Hey, nach oben! Eine Leiter! Los, komm! Los, Sully! Festhalten! Oh, Scheiße! Los! Halt auf mich! Oh mein Gott! Der verdammte Turm bricht zusammen! Lauf! Los! Komm weiter, Sully! Oh, Scheiße! Los! Oh Mann! Das war knapp, was? Geht's dir gut? Oh ja! Einfach großartig! Gib mir mal einen Moment! Du vergisst irgendwie immer, dass ich 25 Jahre Vorsprung hab! Komm schon, Sully! Du bist stark wie ein Ochse! Ja, klar! Also, warum die Eile? Die denken doch, wir wären da drin! Er hat nicht viel gefehlt! Ha! Erstmal im Ernst! Ich glaub, ich hab'n Faden verloren! Warum machen wir das hier eigentlich alles? Oh nein, 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 nein! Wenn da jetzt einer deiner Ich Bin dafür zu Altreden kommt, lass es bleiben! Hey, die Jungs hier verstehen keinen Spaß! Ja, und? Willst du jetzt einfach aufgeben, oder? Aber es redet doch niemand davon, aufzugeben! Dann tu bitte nicht so, als wärst du reif für die Kiste! Okay? Hör zu, Junge! Ich bin seit 20 Jahren für dich da! Und daran wird sich auch jetzt nichts ändern! Kannst du mir glauben? Ich will doch einfach nur sicher sein, dass wir hier das Richtige tun! Dein verdammter Stolz vernebelt dir das Hirn! Du wirst unvorsichtig! Das solltest du besser wissen! Du wirst noch dabei draufgehen! Verdammt! Am Ende gehen wir alle dabei drauf! Oh nein! Was? Cutter und Chloe! Sully, wenn sie uns gefolgt sind... Oh scheiße, dann werden sie den beiden auch folgen! Wir müssen sie irgendwie... Ja, und dann nichts wie ab nach Syrien! Ich hoffe nur, dass du weißt, wo unser Auto steht! Ich bin nämlich vollkommen orientierungslos!